Sein Wochenende hatte sich der renommierte Berliner Architekt Andreas Theile, 49, ganz anders vorgestellt. Als Auszeit zu zweit und ein Wochenende nur für uns hatte seine Lebensgefährtin, die bekannte Schauspielerin Andrea Karloweig, 54, ihm die drei Tage in ihrem Lieblingshotel Travel Charme Kurhaus Binz angekündigt. Gern hätte er Andrea nur für sich allein gehabt. Das ist typisch Andrea, erzählt er schmunzelnd. Sie brennt sprichwörtlich immer an allen Enden, ist voller Idee und unentwegten Tatendrang. Und plötzlich finde ich mich mitten in einem bunten, Fotoshooting wieder. Andrea Karloweig lacht. Ich bin es von Berufs wegen einfach gewöhnt, dass ich ständig etwas verschieben kann oder etwas Neues reinkommt. Bei Dreharbeiten gibt es so oft Planänderungen. Andreas ist von uns beiden der strukturiertere, das hat mit seinem Beruf zu tun. Für ihn sind Pläne wichtig. Da ist es auch nach sechs Jahren mit mir manchmal für ihn nicht einfach. meinen Tatendrang und meine Spontanität zu zügeln. In dieser Hinsicht sind wir beide tatsächlich sehr unterschiedlich. Wer die beiden erlebt, spürt die Energie und Dynamik zwischen ihnen. Aber auch Leidenschaft und Erotik, die Art, wie sie sich anschauen, berühren und übereinander sprechen. Wer hat in der Beziehung die Hosen an? Wer hat in der Beziehung die Hosen an? Wer hat in der Beziehung die Hosen an? Wer hat in der Beziehung die Yaht in dem Buch? Wer hat in der Beziehung die Hosen an? Wann Interesse? B inaugien Sie zwischen ihm und meinen Kultur?